Grüß euch alle mein Name, das ist der Zöldrikader vom Team Federmeyer, Simp und Wels und momentan in der ganzen Coronazeit ist es sehr wichtig, dass man sich fit hält. Im Zuge des ganzen Lockdowns hat man keinen Zugang zu Fitnessstudios oder die Gewünschen von voraus. Ich möchte euch heute drei kurze Zügungen zeigen, die immer vom Rauch vom Hoch, dass man fit als Rauch steht. Also Nummer eins, haben wir den Matten, verlegen sie einmal seitlich hin. Die Hände sind aber schränkt und man hat das einfach nur den Fuß öffnen. Man kann das mit einem Terramantel nötig schwieriger machen. Sie sehen dahinter, dass man den Nutzen Gluteus aktiviert. Ich mache meistens 20, 25 auf der linken Seite und 20 auf der rechten Seite. Die erste Übung. Die zweite Übung, für mich natürlich ganz wichtig, ein Ausfallschritt. Nach vorn, zurück und natürlich das andere Bein auch. Ich schaue, dass ich 20 rechts, 20 links mache. Und als letzte Übung nehme ich den Stocker von meiner Doktor. Ganz einfach, muss ich improvisieren. Anfluss auf. Der Sinn dahinter sind jetzt einfach ganz schnelle, explosive Bewegungen. Ich mache da wieder 20, 25 rechts und 20, 25 links. Das Ganze mache ich dreimal durch. Und dann bin ich voll aufgehend fürs Training. Und an allen da draußen wichtig ist, dass was man macht. Das muss im Moment immer Füße oder mit schweren Gewichten, hauptsache macht es was. Also, bleibt gesund. Bye-bye.